Ein Ochsenknecht wollte jetzt in den Urlaub und hat dann eine richtig blöde Entdeckung gemacht. Jetzt mal ehrlich, selber schuld? Passiert jedem mal. Nein, kann nicht passieren. Sorry, wem das passiert, selbst schuld. Wir fliegen hier morgen in Urlaub und ich dachte mir einfach so, ich schau mal kurz in die Reisepässe, weil ich Matthäus Notpass anschauen wollte, wie der aussieht. Dann ist mir aufgefallen, wie ich das Reisepass, das ist einfach 31.05. abgelaufen. Wir fliegen morgen. Habe ich auf die Seite geguckt vom Amt und die tun jeden Morgen um sieben so spontane Termine rein. Heute ist einfach der letzte Tag bis Mitte Juli, wo einer frei war. Ey, die... Jetzt fahre ich gleich mit ihr schnell Fotos machen und dann fahren wir schnell Notpass machen. Dann bringe ich sie zur Tagesmutter und dann muss ich packen, weil es ist echt... Vielen Dank.